Natürlich Lebensfreude. Moment mal. Dein Augenblick für Bewusstheit, Selbstfindung und Erholung. Herzlich willkommen. Hier sind eure Bewusstheitstrainer und Freunde auf dem Weg. Hier sind Sam und Daniel. Und natürlich, wie wir das aus unserer ersten Sendung kennen, gibt es gleich einen Impuls von unserem Freund. Hallo, ich bin Roman Christian Hafner. Und das ist mein Impuls des Tages. Der Körper ist eine Unendlichkeit unserer Frequenzen in physische Materie umgewandelt. Ja, immer eine kurze Pause danach. Denn das muss man erst mal verdauen, was da eigentlich so gesagt wird. Der Roman mit seinen Bewusstheitsfähigkeiten, man möge meinen, ist uns immer ein Schritt voraus. Aber es geht also, und das wollen wir heute aufgreifen, in erster Linie um den Körper. Ja, aber der Körper, das wissen wir ja schon alle, ist im Grunde ein Wunderwerk der Natur. Nicht nur das, sondern wir haben ja gelernt, dass der Körper oder unsere Wahrnehmungsfähigkeit bezügt auf den Körper endet an der Körperhülle. Und interessanterweise ist ja allein das schon so nicht ganz richtig. Und dieser Körper ist also wesentlich mehr, als uns der Biologieunterricht beibringen könnte. Ja, aber bleiben wir ruhig mal bei dem Biologieunterrichtskörper. Ja, da haben wir auch da schon bei vielen Menschen, ich sag mal, das Thema oder das Problem, dass sie ihn erst wahrnehmen, wenn er nicht mehr funktioniert. Ja. Viele Menschen spüren erst hin, wenn es irgendwo Aua macht. Das ist wie bei einem Auto. Du steigst ein und alles ist in Ordnung. Du denkst nicht nach, telefonierst vielleicht noch nebenbei. Und nur, wenn das Ding nicht anspringt, dann geht das große Nachdenken los. Es ist also, weil der Körper, naja, doch eine gewisse Bedeutung für uns hat, doch auch wohl ein berechtigter Gedanke, darüber nachzudenken, ob es dem gut geht, was da eigentlich alles so drin passiert und was man davon wahrnehmen kann, um damit umzugehen oder vielleicht auch etwas zu ändern, zu erspüren, Probleme festzustellen und vielleicht dann Lösungen zu kreieren. Es gibt ja auch so die ein oder andere Körperübung, die sich tatsächlich mit der Wahrnehmung über den Körper beschäftigt. Das heißt, du schaltest als erstes mal deinen Logistiker, also deinen Verstand oben aus und versuchst mit deinem ganzen Körper von allen Seiten, also da gibt es dann auch kein vorne und hinten Denken, das man hinten ja nicht wahrnehmen könnte, sondern versuchst du mit dem ganzen Körper tatsächlich mal dein Umfeld wahrzunehmen. Ja, dann sind wir aber bei Sinnesorganen und sehr interessant ist ja schon allein der Umstand, dass wenn du Sinnesorgane gezielt ausschaltest, wie sich die Wahrnehmung für die restlichen Sinnesorgane verändert, bis hin zu schärft, wenn man also die optischen Reize herausnimmt, wie plötzlich der Geruchssinn anspringt, wie das Gehör viel intensiver arbeitet und so hat man auch eine viel intensivere Möglichkeit, in sich reinzuschauen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und äußere Impulse für den Moment erstmal ausschaltet. Ja, und jetzt geh mal noch weiter, dass du sogar jede Zelle wahrnehmen könntest und dass jede Zelle ein einzelnes Quantenfeld hat, was du informieren kannst mit deinem Fokus, den du hast, mit deinem Bewusstseinsstrom, um deinen Körper lebendig zu halten, vielleicht zu heilen oder zu verändern, so wie du es eben möchtest. Das knüpft ja an dem Gedanken an, dass wenn die Menschen positiv gestimmt sind, dass dann eben auch der Körper in ähnlicher Weise funktioniert, Stichwort also der Gesundheitsgedanke und deswegen ist es auch für viele Menschen ganz wichtig, dass sie mit einer positiven Einstellung, einer freudvollen Einstellung durchs Leben gehen. Aber noch einmal ganz kurz zu Romans Impuls des Tages, die Frequenzen in physische Materie gewandelt. Das bedeutet doch wirklich, sich bewusst seines Avatars zu werden, den wir gewählt haben, um hier auf dieser Ebene Mensch spielen zu können. Ja, unter dem rationalen Gesichtspunkt betrachtet, sind ja die Wasserexperimente bekannt, die ja zeigen, dass Wasser sehr wohl sich auf Schwingungen einstellt und entsprechend reagiert. Da gibt es ja Menschen, die haben dann Fotos gemacht und Kristalle gezeigt, wie die aussehen. Das heißt, alleine schon, weil wir ja aus ganz viel Wasser bestehen, hat das mit Schwingungen zu tun und sind wir also sehr wohl ein Stück weit davon abhängig, in welchem Schwingungsfeld wir uns befinden und wie es unserem Körper damit geht. Also eine Einladung an alle Zuhörer, heute mal ganz bewusst den Körper von allen Seiten und von oben und unten wahrzunehmen. Und da wir in jeder Sendung einen Ort raussuchen, über den wir reden oder zu dem wir unsere Zuhörer mitnehmen, kann man vielleicht den Körper an dem Ort, wo wir heute sind, unter dieser Perspektive mal ganz gezielt betrachten. Denn dort, wo es hingeht, ist es hoffentlich auch ruhig und bietet die Möglichkeit, in sich reinzuschauen. Also ich nehme dich jetzt an die Hand und wollen wir den Hund auch noch mitnehmen? Ja, der darf vorne weglaufen heute. Und ich möchte mit dir in den Wald. Der Wald ist für mich ein totaler Lieblingsort oder Lieblingsplatz, weil ich da durchatmen kann, weil sich eine Ruhe schon automatisch einstellt, weil ich es den Geruch so mag, ja, ob nun bei Regenzeit oder auch einfach, wenn die Sonne durch die Baumwipfel scheint, das Moos zu riechen im Frühjahr, im Sommer so. Also weißt du, was ich meine? Dieses, ach, das ist so. Als Stadtmensch ist man ja sehr wohl seinem Umfeld in gewisser Form ausgeliefert. Der Weg in den Wald sorgt in der Regel erst einmal dafür, dass man mit sich alleine sein kann oder zu zweit, aber eben gezielt in mehr Ruhe, auch wenn man vielleicht sonst ein geselliger Mensch ist. und diese vielen Eindrücke, die wir dort erleben, ich bin ja selber als Waldgänger ja auch ab und zu mal unterwegs, dass wenn du nichts sagst und einfach nur leise vor dich hinschreitest, wie viele Informationen dir entgegenkommen, wie viel Leben um dich herum ist, obwohl gar nichts Aufregendes passiert und wie du diese Energie aufsaugen kannst, die der Wald dir schenkt, durch... Ob es der Wind ist, der durch die Bäume weht, ob es das Knacken von Ästen dann ist oder alleine, wenn du spürst auf dem Boden, ja, der Untergrund, den du eben begehst, wie der sich anfühlt, ob es steinig ist, ob es eben ein bisschen weicher wird, ob Laub dann zum Herbst hin auf dem Boden ist. Ja, das Barfußgehen über eine Wiese, insbesondere eine Waldwiese, soll ja auch energetisch gesehen ganz besondere Effekte erzeugen. Also auch das ist mal eine Empfehlung, sagen wir, mitten im Wald... Oder so ein Bächlein, weißt du, was am Wald lang rinnt. Ja, das hören wir am Anfang der Sendung. Da die Füße mal reinzustecken und sich ein bisschen zu energetisieren. Ja, im Frühling das kalte Bachwasser. Ja. All das sind Bilder, die anregen sollen, mal wieder ins Grüne zu gehen, die Seele bommeln zu lassen und ein paar solche Momente mitzunehmen. Ja, und Atem ist dort ganz wichtig und darum habe ich auch heute im zweiten Teil dieser Sendung dir die Frage nach dem Atem oder sagen wir den Atem des Lebens mitgebracht. Wie bewusst bist du dir, wie wichtig dein Atem ist? Ja, da kann ich auch gerne im Wald bleiben, weil wenn es da mal bergauf geht, dann wird dir dein Atem sehr wohl bewusst, wenn der Wanderrucksack dann mit dabei ist. Aber... Nein, jetzt mal ohne Flachs. Ganz viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, weil es selbstverständlich ist. Wir atmen unbemerkt ein und aus. Wie wichtig das ist, vielleicht auch über eine gesunde Atmung nachzudenken oder auch mit Artentechniken zu arbeiten, um sich Körperzustände zu verändern. Also ich sage mal Wim Hof Methode als kleinen Impuls mit rein. Für alle, die interessiert sind, können ja mal googeln. Tatsächlich atmen wir wohl circa 20.000 Mal am Tag und das zählst du ja bestimmt nicht mit und ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer sich dessen so bewusst sind. Ja, aber wenn uns jemand begegnet, der auffällig atmet, dann fällt uns das sehr wohl auf im Sinne von Leute, die sehr flach und sehr viel atmen, meistens weil der Körper ein Problem hat. Bewusst mit dem Atem umzugehen ist ein sehr, sehr interessanter Vorgang. Wer aus dem Schwimmen vielleicht kommt, mit dem sportlichen Hintergrund und aus dem Tauchen weiß, wie viel sich dort bewegen lässt in Bezug auch auf, was der Körper so kann oder wo man ihn hintrainieren kann und auch welche sonstigen Umstände in Körper und Geist eintreten, wenn man ganz in Ruhe für doch recht lange Zeit unter Wasser einfach gar nicht atmen muss. Ja, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Für mich aus dem altindischen Sanskrit noch ein schönes Bild. Da heißt es Atman und das ist der Lebensatem und auch mit innewohnenden göttlichen Geist verbunden. Und das ist es, glaube ich, denn heute haben wir es mit dem Körper gehabt und wenn wir den Körper und den Atem verbinden, dann ist das auch ein Schlüssel zu unserem menschlichen Sein. Deswegen sollte man eben auch auf diesen Atem achten und sollte ihn pflegen, denn durch ihn auch, durch mehr Kapazitäten, wenn ich das aus physiologischer Sicht betrachte, ergeben sich natürlich auch andere Möglichkeiten, was Konzentrationsfähigkeit angeht, wenn du runterfahren kannst. Das heißt, man kann auch durch Atemtechniken seine Herzfrequenz senken und was eine hohe Herzfrequenz anrichten kann, weiß man ja auch. Wenn man also runterfahren will, geht das auch mit bewusstem Atmen. Du kannst dir das innere Feuer geben, indem du eben auch mit einer bewussten Atemtechnik arbeitest. Das ist eben auch dieses beschleunigte Atmen, also auch von Wim Hof ganz interessant zum Anschauen und tatsächlich sorgt es dafür, dass mehr Sauerstoff im Körper ist und auch hier sind deine Organe und deine Zellen dann wieder viel besser versorgt und deinem Körper geht es viel besser. Ja, toll ist für mich ja das Bild, was wir auch in unsere Sendung in das Intro eingearbeitet haben. Das, was jeder in dem Moment macht, wo er einen Moment einfach genießt, dieses Ach, da atme ich doch mal mit. Ja, und alleine dieser Moment reicht manchmal schon aus, wenn man auf Arbeit gestresst ist oder sonst einem vielleicht alles zu viel ist, um ein bisschen davon abzugeben und sich wieder runterzufahren. Genau, kurzen Moment verweilen, sich nur auf seinen Atem konzentrieren und einfach nichts weiter denken, außer ein- und ausatmen. Ja, wer möchte, der bleibt noch dran für unseren Meditationsteil nach der Sendung. Ich sende ein Lächeln. Und das mache ich heute auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Natürlich Lebensfreude. Kleine Auszeit. Diese Praxisübung ist sehr einfach im Alltag anzuwenden und du kannst sie dir immer wieder vornehmen, um schnell in deine Mitte zu kommen. Setze oder lege dich bequem hin. Lege eine Hand auf dein Herz. Schließe deine Augen und konzentriere dich einfach nur auf deine Atmung. Atme lang und tief durch die Nase ein und aus. Verbinde dich dadurch mit dir selbst. Spüre, wie du kühle Luft einatmest und etwas wärmere Luft und wieder ausatmest. Nimm wahr, wie sich deine Lungen mit Luft füllen. Du kannst dir, um mit den Gedanken nicht so schnell abzuschweifen, dabei auch selbst leise sagen. Ein Aus 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 Spüre die Lebensenergie, die durch deinen gesamten Körper hindurch fließt. Genieße, wie du jede Zelle deines Körpers mit Sauerstoff versorgst. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen frische und positive Energie von deinen Füßen bis in deinen Kopf einatmest und beim Ausatmen alles, was du jetzt gerade nicht brauchst. Stress, negative Gedanken und Gefühle aus deinem Körper durch die Füße hinausfließen lässt. Spüre noch kurz nach und dann öffne deine Augen langsam wieder. Du bist im Hier und Jetzt.